Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Life is Strange. Ihr habt schon gewartet, seit dem 28.07. ist es raus, aber bis jetzt hatte ich nicht die Zeit gefunden, die vierte Episode anzuspielen, weil wenn, dann muss ich die Ruhe haben und auch die zweieinhalb Stunden Zeit, die Episode auf mich wirken zu lassen. Und ich muss an dem Tag depressiv sein. Denn, meine Freundin, ich habe es versucht, sie heranzusetzen an Episode 1, da hat sie gesagt, ich kriege Depressionen beim Spielen, das kann ich nicht spielen. Deshalb aber heute Episode 4 Darkroom. Wir wissen ja, wir haben die Zeit manipuliert, wir haben es geschafft, bis in die Vergangenheit zu reisen, bei der Chaos Theorie Episode 3 und haben dann das Leben verändert von unserer Freundin. Und ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir das vielleicht wieder korrigieren können oder, ja, was sich die Entwickler frei haben noch einfallen lassen. Wir schauen einfach rein, es kommt ja eine kleine Einspielung vom letzten Mal, um uns wieder einzustimmen. Und dann 3, 2, 1, viel Spaß, Leute, los! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Carfield, please, tell us everything. Hey, Stelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the Darkroom. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. That was the end of the day, when she came to the steering wheel. I've already had my skin hair just from the back of my head, what we've already done. A master's work, I think it's great. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Uh, pretty much. Yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Okay, she probably had a car accident because her father bought her car. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and... And that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I... Literally couldn't move a muscle. Jesus. I... I don't know what to say. Don't say anything. I'm just... Happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time we talked to her? Uh, never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Also, she had Rachel in der Zeit, die ich nie kennengelernt. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but... As long as we're together... I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe... I'm sorry I haven't been out to see you more. I was wrong. You're my best friend. Max... Thanks for coming out to see me. You're... you're doing awesome. I don't think so. Um, my... my nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word. No offense. None taken. No offense. 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 Untertitelung. BR 2018 Oh, it's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive. When you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I need to get my drink on. Can you bring me some water? Ja, kann ich. There's the old Chloe. Ein Teil von ihr, ja. Woah. Woah. Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. That is so incredible. And she can browse cat radios on the web. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. That's so cool that Chloe has made friends online. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. It's nice, my parents sent a card at least. I wonder who this is. Kind of a generic card. I'm so sorry for what happened. Du musst wissen, dass ich für dich da bin, wenn du irgendwas brauchst. Ich hoffe, du fühlst dich besser und ich hoffe, ich sehe dich erneut. Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloe. Ich wollte dir nur eine schnelle Notiz schreiben, da ich an dich denke. Ich fühle mich so lahm, wenn ich die Sachen schreibe wie, ich hoffe, dir geht's bald besser. Ich weiß, dein Leben ist jetzt total anders. Und ich wollte nicht, dass das in unsere Freundschaft Probleme bereitet. Ich weiß, ich bin spät, aber es wird sich schnell ändern. Ich hoffe, du bist gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Und liebe Max. Ich hab mich also auch distanziert von ihr. Ich hab mich also auch distanziert von ihr. Oh, das Schnee-Doh. Ich glaube, nicht alles verändert. Hallo, Chloe. Sie liebt fluffige Tiere jetzt. Tut mir leid, ich guck mich erst mal ein bisschen um. Kannst du dir das Gras ins Gesicht halten, dann geht so was. Aber warm machen muss ich jetzt gerade nichts. So, dann nehmen wir mal den Cup. Moment. Boah, die kriegt durchgehend Schmerzmittel. Das ist es. Insofern, wenn ich Chloé eine Bung gebe, bin ich sie Wasser schützt. Ich habe sie eine Wahl gegeben. Ich habe sie eine Wahl gegeben? Drink up, Buttercup. Oh, Mann. Kein Wunderschön, mein Schmerz ist frisch. Ich glaube, ich habe nicht so viel gesprochen, das ganze Jahr. Hast du schon gedacht, um ein Podcast oder etwas zu machen? Ich wünschte, dass ich dein Gesicht schraubst. Ein Podcast? Mann, ich bin ein Pod in ein Cast. Boring. Ouch. Es war nur ein Gefühl. Ich weiß, dass du einfach nur helfen kannst. Ja, das ist ein schlechtes Habit von mir geworden. Du klingt jetzt wie ein Adulter. Es scheint, als wären wir Kinder in einer anderen Leben. Was glaubst du von uns als Kinder? Wir haben alle verschiedene Erinnerungen. Ich denke, wir sind als kleine Piraten. Ruhig und rüchst durch Arcadia Bay. Ich auch. Aber wir sind immer Piraten in unserer eigenen Weise. Ja, genau. Check mich aus, Chloe of the Caribbean. Keine Ahnung, ich werde jetzt auf eine Böde. Unless du mit mir. Wie kannst du sehen, ich kann nicht alle meine andere Freunde weg. Du hast mich. Ich werde dich nicht verlassen, Chloe. Du hast mich nicht viel besucht. Ich meine, ich liebte deine Karte und Fotos, aber... Ich weiß, ich war nicht viel dabei. Keine Entschuldigung. Ich bin ein Verlager. Aber ich versuche, was richtig richtig ist. Wie? Mann, du bist nicht Supermax. Und ich versuche dich nicht zu schuldigen. Das ist das meine Eltern für mich. Sie lieben dich so viel. Ich weiß. Meine Mutter und Vater sind so süß. Sie sind immer hier raus und machen, dass alles okay ist mit mir. Ich denke, Joyce und William sind unglaublich. Max... Der Verlager ist so schwer auf sie. Und die Medikationen sind so schwer. Und die Medikationen sind so verrückt. Kann sie alle die Medikationen? Nein, so. Sie halten die Zahlen von mir. Aber es dauert viel Arbeit, um herauszunehmen, dass ich meine Eltern immer ein Millionen Dollar ein Jahr koste. Chloe... Du bist gar nicht wert. Uh... No pun intended. Du bist so ein Geek. Das ist warum ich dich liebe. Natürlich, ich bin ein Geek, wenn ich bin. Ich bin praktisch ein Human Entertainment System. Es wäre schön, zu chillen zusammen und zu sehen, wie wenn du die Nacht auf meinem Haus spendst. Was willst du sehen? Ich glaube, ich bin in ein Mellow Bladerunner-Mode. Ich schreie immer nach Ende. Plus, du weißt, ich wollte immer cool, blöde, wie Pris. Ich weiß. Du wirst wunderschön mit blöden Haaren. Lass uns diese Show auf die Straße. Und du besser nicht schlafen wie ich, wie du immer wenn wir filmen sehen. Ich erinnere, Max. Ich versuche, ich werde nicht schlafen. Nicht, wenn du hier bist. Nicht, noch nicht. Einen Film gucken mit ihr. Ah, hier ist das DVD. Oh mein Gott. Ich habe diesen Mix für sie, als wir zwölf waren. Pirate Power. Ja, das kann sie gebrauchen. Ja. 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 Ja, ja. Ja.